Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nummer 530. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Marvin. Hallo, hallo. 530 schon, das ist der absolute Wahnsinn. Ja, war ja richtig Tempo, es geht richtig voran, ähnlich wie bei der Eintracht, aber bevor wir dann gleich über die Eintracht sprechen, sind wir sehr froh, dass wir in dieser 530. Folge, wo wir über den ersten Teil der großen Eintracht Auswärtswochen sprechen, mal wieder einen Partner mit an Wort haben und was die Kollegen von Hyundai euch zu bieten haben, das hört ihr jetzt. Von Frankfurt nach Köln, nach Berlin, über Helsinki nach Bremen. Die Eintracht ist auf ihren Auswärtswochen und das überall mit starkem Fansupport. Starken Support haben auch wir hier heute, wir haben nämlich erneut Hyundai als Partner mit dabei. Hyundai bietet als offizieller Mobilitätspartner der Eintracht ein ganz besonderes Heimspielerlebnis und zwar das Hyundai Adler Shuttle. Beim Hyundai Adler Shuttle erlebt ihr mit drei Begleitpersonen eurer Wahl die Spiele von der Haupttribüne aus. Dazu werdet ihr von einem Chauffeur zu Hause abgeholt und nach dem Spiel auch wieder sicher zurückgebracht. Das Ganze, wie sollte es anders sein, natürlich voll elektrisch in einem Hyundai Ioniq 6. Neben den vier Tickets und dem Shuttle Service gibt es außerdem noch Verpflegungsvoucher für Essen und Getränke im Stadion. Also insgesamt ein wirklich rundes Heimspielpaket inklusive dem Shuttle Service. Das Hyundai Adler Shuttle fährt zu jedem Heimspiel der Eintracht und ihr könnt euch jetzt bereits für alle Spiele diese Saison bewerben. Und zwar unter Hyundai.de slash Adler Shuttle. Ich wiederhole es zur Sicherheit nochmal Hyundai.de slash Adler Shuttle. Den Link findet ihr aber auch in den Shownotes zu dieser Sendung. Und für das nächste Bundesliga Heimspiel gegen die Überraschungsmannschaft aus Stuttgart könnt ihr euch noch bis zum 15.11. bewerben. Und für das darauf folgende Conference League Spiel gegen PAOK Thessaloniki noch bis zum 23.11. Bevor es soweit ist, sprechen wir jetzt aber mal über die aktuellen Spiele und über das unmittelbar bevorstehende Conference League Spiel gegen Helsinki. Ja, bevor wir zu Helsinki kommen, müssen wir natürlich auch erstmal über das Brot- und Buttergeschäft sprechen. In diesem Falle die Bundesliga. Ein Auswärtsspiel bei Union Berlin, dem angeschlagenen Boxer. Trotzdem war da eine grandiose Stimmung vor Ort. Ja, und man musste den Gegner ernst nehmen. In der zweiten Minute war das mit dem Ernstnehmen schon wieder vorbei, weil sie diesen Freistoß, den Union eigentlich sonst immer verteidigt bekommen, hätte nicht verteidigt bekommen. Man muss eiskalt mit so einer Drehbewegung und haut das Ding da einfach rein. Da war aber doch gleich direkt Stimmung im Karton, oder? Ja, wie du sagst, es war richtig Stimmung im Karton. Ich muss auch sagen, dieser Blitzstart hat uns natürlich brutal geholfen. Denn wie du sagst, Union muss man ernst nehmen. Ja, natürlich, aktuell läuft es nicht so wirklich gut, aber darauf können wir uns nicht verlassen. Wir wissen genau, die alte Eintracht ist genau diese Mannschaft, die in der Vergangenheit genau solche Spiele aufertendelt. So war es aber gar nicht der Fall. Denn wirklich Blitzstart, du hast eben angesprochen, Mamouche, der in einer aktuell herausragenden Verfassung ist, schafft es relativ früh schon das Tor zum Sieg hier zu öffnen. Und das war wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und da hast du dann gemerkt, okay, scheiße für Union, jetzt müssen die versuchen zu kommen. Und die Eintracht war wirklich, ich war echt überrascht. Die waren echt dominant, weil ich muss wirklich sagen, das war für mich so ein Make-or-Break-Spiel. Wir haben die letzten Spiele der Eintracht gesehen, die mir extrem gut gefallen haben, wo wir wirklich immer besser performt haben, immer besser zueinander gefunden haben. Wenn ich mir auch an das 3 zu 3, wenn ich auch an das 3 zu 3 gegen den BVB denke, da ist ja sogar einiges noch unglücklich gelaufen, könnte man sagen. Obwohl das trotzdem ein gutes Spiel war. Schau dir die ganzen letzten Partien an. Also da ist richtig viel, was gut funktioniert hat. Und es ist immer so ein paar Prozent mehr, so ein paar Prozent mehr. Und jetzt gegen Union waren die nächsten paar Prozent. Ja, ich glaube, man hat es jetzt auch geschafft, sich so ein bisschen in diesen Flow reinzuarbeiten. Der Beginn war ja jetzt auch alles andere als leicht, was man aber auch bei den Umständen natürlich verstehen kann. Du hast viel Wechsel in der Mannschaft. Es wird viel immer an Myrani gemessen. Der Trainer neu, Krösche unter Druck dann da auch eine Mannschaft für die Saison hinzustellen. Dann viel Kritik an dem Thema Stürmer, wo wir ja auch immer mit dabei waren. Natürlich auch dann die Versuche von Topmüller, da dann überhaupt erstmal ein System zu etablieren. Was er, glaube ich, jetzt auch ja so ein Stück weit geschafft hat mit dem Material, was da ist. Und ich glaube einfach, die Mannschaft ist jetzt in einem Flow. Du merkst, gerade auch in der Offensivreihe, sie haben jetzt zueinander gefunden. Ein Chaibi, ein Mamouche, ein Knauf, die einfach wissen, okay, wir haben einfach richtig Bock auf Fußball. Wir können richtig mit dem Ball umgehen. Es läuft. Dann hast du da diesen Larsson, der halt einfach Dinge mit 19 macht, die manch einer nicht mal mit irgendwie Mitte 30 irgendwie hinkriegt. Ein Skiri, der einfach auch mittlerweile diese Rolle als Chef auf dem Platz, als der alte Erfahrene da irgendwie angenommen hat. Und dann diese Dreierkette aus einem Tutor, der einfach jetzt auch wieder richtig in der Spur ist. Ein Pacho, ein Koch, wo du auch nicht erwartet hättest, dass die drei so schnell zu finden, die aber anscheinend irgendwie von vornherein eine Chemie entwickelt haben, die richtig solide dahin stehen und dann hast du halt noch Kevin Trapp, who is doing Kevin Trapp things. Ja, also es passt halt einfach von vorne bis hinten alles zusammen. Also ich muss jetzt schon ehrlich aufpassen und auch wenn Basti das immer wieder ausführt, was passiert da erst, wenn da noch ein richtiger Stürmer dazukommt? Ja, das ist eine richtige Frage, aber ich glaube für das Spiel hast du ja gesehen, dass sie auch, jetzt sei es mal richtiger Stürmer in Anführungsstrichen oder nicht, dass sie das beste System gewählt haben mit der besten Aufstellung, die möglich war. Und Mahmoud, ich kann ihn nicht genug loben, ich stand jetzt im Spiel, der gerade seine beste Saison. Ja, also ich meine, wir wussten alle, dass er was kann, aber dass er jetzt gerade so performt, dass er aber auch gut in Szene gesetzt wird. Das sind halt Situationen, die natürlich flutschen, man darf aber auch nicht vernachlässigen, dass natürlich bei Union so ein bisschen das Glück auch gerade fehlt. Ich fand nämlich, die haben eigentlich grundsätzlich keine schlechte Partie gemacht. Um Gottes Willen, nein. Ja, das war schon ein ganz guter Gegner. Es gab einige Schüsse, die, wie du richtig gesagt hast, auch in Kevin Trapp parieren musste. Da sind halt so Sachen, da funktioniert es gerade, haben wir uns, das ist, sag ich mal, nicht das Glück, aber auch genau solche Punkte halt erarbeitet. Aber du sprichst natürlich Lars und Skiri an, gerade auch, wenn wir gleich nochmal auf einen anderen Kandidaten zu sprechen kommen, da sind die kleinen Situationen, die halt jetzt funktionieren, die Pässe in die Tiefe, das ist schon sehr gut. Und natürlich auch für Kevin Trapp schön, aber ein Lob für die gesamte Abwehr. Pacho ist beispielsweise, brauchen wir nicht noch öfter erwähnen, aber ein absolutes Tier, wie der da abräumt. Also dementsprechend, es bringt dann in der Defensive nichts an. Du hast auch manchmal ein bisschen Glück, dass die eine oder andere brenzliche Situation dann halt dann auch nicht verwertet wird vom Gegner. Und dann stellt es plötzlich 2-0, ja, weil 2-0, du musst da auch nicht vernachlässigen, heute ein schöner Doppelpack, heute ein schöner Doppelpack, das wollte ich sagen, von Mamouche, das ist eine super, super Situation. Und da merkst du, die Eintracht ist echt gut im Flow und ich hoffe, das kann man noch weiter, weiter lange so weitertragen. Aber auch da, gerade bei dem 2-0, finde ich auch, hast du gesehen, dass nicht nur die Mannschaft in einem Flow ist, sondern dass sie auch das halt wirklich in der Lage sind, gerade umzusetzen, was der Trainer ihnen vorgibt. Weil Topmüller hatte ja in der, ich glaube, er müsste in der Spieltagskonferenz danach gewesen sein, dass er gesagt hatte, unsere Taktik, die wir uns überlegt hatten, war halt quasi, weil wir wussten, dass Union eine Kontermannschaft ist, dass wir die Räume hinter der Kette nutzen, dass wir mit Steckpässen, mit Chipbällen hinter die Kette wollen und dann den langen Lauf machen. Und genau das ist ja beim 2-0 passiert. Tutor sieht, dass die Lücke da ist, dass Larsson reinläuft, macht diesen Chipball, Larsson geht an die Grundlinie, Mamusch löst sich in der Mitte saugeil von Bonucci, dem großen Einkauf, der irgendwie nicht wirklich viel Erfolg bislang hatte, mit Union und macht das Ding halt einfach rein. Also genau das war die Taktik, von der Topmüller gesagt hat, die sie sich vorgenommen haben, die halt einfach in Perfektion da umgesetzt war. Also die Mannschaft hört auch auf das und setzt das um, was der Trainer sich überlegt. Also der hat da auch ein Recht, hat er so oder so, aber der hat da einen immensen Beitrag bei. Auf jeden Fall, er hat einen immensen Beitrag bei. Ich glaube, er hat die Mannschaft auch ganz gut unter Griff, ohne Untergriff, genau, im Griff. Es ist doch immer wieder spannend zu sehen, dass es ja auch vor Spielen durchaus auch mal mahnende Worte gibt, auch an Einzelspielerkritikmomenten mangelt es tatsächlich nicht. Aber er bekommt es gut hin, die Spieler hören irgendwie auch auf ihn. Und ich finde, aktuell ist es eine durchaus spannende Entwicklung, die wir da sehen. Und dann hat er zum Glück auch noch ein bisschen das Glück auf seiner Seite oder vielleicht das richtige Näschen, dass dann selbst die Ein- und Auswechslungen halt oft Sinn ergeben. Und wenn wir uns angucken, wie das 3-0 passiert ist, mit zwei Spielern, die eingewechselt wurden. Also einmal Mario Götze, der wunderbaren Doppelpass mit Ferry spielt und Ferry verwandelt dann zum 3-0 sein erstes Bundesliga-Tor. Da muss ich sagen, da ziehe ich meinen Hut und das macht mir richtig viel Freude, weil genau das ist ja etwas, darauf haben wir gewartet. Wir haben darauf gewartet, dass endlich mal jemand aus der Jugend hochkommt. Ich habe von Krösche gelesen, ja, die aus der eigenen Jugend, ja, das ist schon irgendwie richtig. Aber jetzt so unfassbar lange ist er jetzt auch noch nicht in Frankfurt. Also er hat auch seine Jugend natürlich auch in Spanien. Aber klar, die Eintracht hat da richtig ein Auge gehabt, hat richtig aufgepasst, hat ihn verpflichtet. Das muss man erst mal sehen. Und dann der Abschluss und welche Wuchtigkeit, das kennen wir auch aus der Regionalliga, aber er zeigt, dass er eine veritable Verstärkung sein kann. Und dieses Zusammenspiel mit Götze, ich glaube, das macht auch einen Weltmeister wie Götze tatsächlich Spaß, mit so jungen Daxen zusammenzuspielen. Eine veritable Lösung, wie der Kollege Hofmeister wahrscheinlich jetzt an dieser Stelle sagt. Entschuldigung, Entschuldigung, der lag einfach, der lag vor mir, da konnte ich nicht drum rum. Der war so groß, den musste ich mitnehmen, es tut mir leid. Alles gut. Aber klar, du siehst natürlich in diesem 3-0 zum einen wieder die Übersicht eines Mario Götze, der halt nicht den Ball irgendwie nochmal versucht, woanders hin, sondern der einfach intuitiv weiß, ey, der Junge läuft da jetzt rein, der hat Mittelstürmer gelernt, der hat einen Zug zum Tor, da ist die Gasse, ich spiele den da jetzt rein und Ferry macht halt genau das, was ein Mittelstürmer machen muss. Er geht direkt in Richtung Tor, weil er einfach weiß, okay, hier muss mir einer nur den Ball in den Fuß spielen. Das ist halt wirklich einfach so Traum-Doppelpass-Tor des Jahrhunderts, wie man sich das halt wirklich einfach vorstellt. Ich habe mich riesig für ihn gefreut und ich glaube, das hast du eben auch angesehen, dass er super stolz und super froh darüber war, dieses Ding zu machen. Er ist ja dann auch direkt vor die Fernkurve gelaufen. Also es ist halt echt einfach, gerade läuft es richtig geil. Ja, aber das Geile ist ja nicht nur er. Hast du gesehen die Traube des Jubels mit den ganzen anderen Spielern, wo du auch gemerkt hast, ja, es ist geil. Also da ist wirklich ein Team am Start, die freuen sich alle, die freuen sich alle richtig, dass die Möglichkeit besteht, dass überhaupt jemand wie Ferry reinkommen kann, dass er dann Tore erzielen kann. Ich denke, das ist ein schönes Zeichen und genau sowas sind so diese Mikromomente, die mich gerade wirklich daran glauben lassen, dass diese Mannschaft ein echt cooles Team ist und wirklich auch diesen Namen oder diesen Begriff Team wirklich verdient. Und das ist echt sehr schön und wir dürfen auch nicht vernachlässigen. Und der Defensive kann man auch mal ansprechen. Und Smolcic hat das nach dem Wechsel echt gut gemacht, tut er raus, Smolcic rein. Ich habe das nicht negativ gemerkt. Ist durchaus auch eine Auszeichnung für ihn. Ja, das definitiv. Er stand ja auch so ein bisschen in der Kritik und er hat ja natürlich jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten, sich zu zeigen. Aber ich gebe dir recht, du hast den Wechsel nicht großartig gemerkt. Und das durchaus gegen eine Mannschaft wie Union, die ja auch sehr laufstark ist, wo ja auch viel über Einsatz und Kampf geht, hat er das an der Stelle super gemacht. Und gerade das war ja so ein Punkt, wo man schon, ja, ich will jetzt nicht sagen pessimistisch, aber wo man so ein bisschen kritisch drauf geguckt hat, weil wir halt eben gesagt haben, okay, wir haben hier diese drei A-Innenverteidiger, was passiert denn, wenn da jetzt irgendwie einer ausfällt? Und das zeigt mir ähnlich, wie wir es jetzt in den vergangenen Wochen ja auch mit der Situation hatten, dass ein Jens Krahl für Trapp im Tor war, wo man gesagt hat, okay, man hat da vollstes Vertrauen. Ähnlich wäre das bei Smolcic jetzt tatsächlich auch, dass er einfach das, dass er das solide macht. Ich glaube, das ist auch der große Bonus davon, wenn du gerade in so ein funktionierendes System irgendwie reinfällst. Genau, aber genau sowas haben wir ja in der Vergangenheit auch immer wieder gehabt. Und genau in diese Situation musst du genau die Leute auch setzen, sodass du das Gefühl hast, und nicht nur das Gefühl hast, dass da was entstehen kann, sondern dass sich dann daraus auch was entwickelt. Erinnern wir uns, wie Tutor sich entwickelt hat. Tutor hat sich kam auch in ein funktionierendes Gerüst und ist dann zu dem Spieler geworden, der er heute ist. Und genau das sind dann die Möglichkeiten, auch bei Knauf. Klar, Knauf hat mal schlechte und mal bessere Spiele, aber im Endeffekt ist der Aufwärtstrend in den letzten Wochen ja deutlich erkennbar. Und wie schön das ist, dass wir wirklich sehen, Spieler kommen wieder zur alter Stärke zurück. Knauf ist auch reingekommen in der Zeit, in der es gut funktioniert hat. Und er war einer derjenigen, die dann outperformed haben. Und genau diese Möglichkeiten, die sehen wir jetzt. Und ich bin sehr zufrieden. Das ist natürlich alles eine Stand-Jetzt-Bewertung. Aber dass wir uns auch so früh in der Saison doch schon wieder mit 17 Punkten auf dem oberen Tabellendrittel befinden, Platz 17, das ist eine schöne, gute Momentaufnahme. Ja, und gerade auch nachdem man ja, und da waren wir ja auch nicht gerade super euphorisch, einfach auch nach dem Start in die Saison, wo man auch schon so ein bisschen die Fälle hat davon schwimmen sehen. Da kommt auch wieder der alte Eintracht-Fan, Pesseren Mislas, dann einfach auch raus jetzt zu sehen. Es hat einen Moment gedauert, aber wir sind einfach jetzt drin. Wir kämpfen uns nach oben, wie du schon sagst, 10 Spieltage, 17 Punkte. Wir haben den direkten Anschluss an die internationalen Plätze. Wir müssen aber auch dazu sagen, wir müssen jetzt auch ein bisschen vorbauen, weil gerade die Spieler, die mit am wichtigsten, auch gerade was das Thema Tore angeht, für uns sind, die werden ja Anfang nächsten Jahres für fünf Spiele mindestens, oder höchstens, nicht mindestens, höchstens fünf Spiele fehlen, wegen diesem wunderbaren Afrika Cup. Darüber müssen wir uns auch nochmal Gedanken machen, da können wir auch nochmal drüber sprechen, aber das jetzt müssen wir mal sehen. Aber ich finde das tatsächlich sehr, sehr spannend und wichtig, dass wir das im Auge behalten. Das ist ja natürlich schön für all die Spieler, gerade in Mamouche kann ich mir richtig vorstellen, dass der sich da auch da nochmal richtig in den Vordergrund spielt. Also ich denke, das ist eine super Sache, aber da müssen wir vorbauen. Und dementsprechend ist es wirklich nicht so zu sehen, dass man jetzt sagen kann, ach naja, das läuft doch gerade gut, da brauchen wir keinen neuen Stürmer. Dann lassen wir das so. Nee, genau das ist nämlich der Grund. Wir müssen vorbauen, wir müssen umsichtig bleiben. Natürlich ist es auch so, dass immer Leute sich verletzen können. Das heißt also im Winter, der Winter wird trotzdem hoffentlich ertragreich, aber bis dahin haben sehr, sehr viele die Möglichkeit zu performen. Ein Skiri, wie du es gerade richtig gesagt hast, wird er ja auch spielen, Jaibe auch. Also du siehst, da sind einige dabei, bislang ist es aber eine sehr, sehr gute Momentaufnahme und ich freue mich tatsächlich, weil du konntest das von vielen Leuten nicht erwarten. Du konntest nicht erwarten, dass ein Oma Mamouche schon in der ersten Saison so viele gute Akzente setzt. Auch der mittlerweile schon echt einigermaßen kritisierte Skiri zeigt jetzt einigermaßen deutlich, welche Qualität er hat, nachdem er es ja schon in Köln gezeigt hat. Also ich glaube, da wächst viel zusammen und du hast ja richtig gesagt, wir haben sauviele Abgänge gehabt, aber auch Abgänge, die nicht irgendwie im Mittelfeld eines Leistungsspektrums liegen, sondern schon weit oben sind. Und nach und nach werden die gut, richtig gut ersetzt und das spricht für das Team, auch für die Trainerleistung, das muss man auch dazu sagen. Und ich hoffe, dieser Aufwärtstrend geht wirklich weiter, denn es wird und es bleibt relevant. Ja, das definitiv. Und wir müssen einfach jetzt auch in diesem Flow drinbleiben. Wir haben ja jetzt durchaus auch einige englische Wochen. Ich meine, jetzt haben wir diese Woche wieder eine englische Woche, dann kommt zwar wieder eine Länderspielpause, aber dann geht es ja auch weiter und das Programm ist ja relativ voll und die Pausen, die dazwischen kommen, sind ja auch kurz. Und ich glaube, die Winterpause ist ja auch nur knapp zwei Wochen. Also kannst du auch da nicht wirklich von Pause sprechen. Von daher ist es einfach auch wichtig, dass da jeder an sein Maximum geht und da eine Schippe drauflegt. Da finde ich es aber auch extrem gut, dass der Trainer auch wirklich klar kommuniziert und das auch umsetzt, wer im Training Leistung zeigt und wer zeigt, dass er irgendwie einen Mehrwert für die Mannschaft darstellen kann, der kriegt die Chance. So wie man es mit Natscheferi am Wochenende gesehen hat und wer da halt eben das nicht zeigt, der wird halt auch draußen gelassen. Also da geht es halt nicht um Namen, wo man ja schon auch irgendwie mal so ein bisschen das Gefühl hatte, also vielleicht nicht bei uns, aber wo man immer mal wieder das Gefühl hat, dass der Name irgendwie über allem steht und dass auch hier einfach konsequent das umgesetzt wird, was gesagt wurde. Nämlich, dass auf Jugend wirklich auch gesetzt wird und unabhängig von Alter man dann da auch eine Chance bekommt, wenn eben der Indiz da ist, einen Vorteil bringen zu können. Genau, du hast halt zwei Sachen. Also genau, ich glaube, wir haben so ein Roundabout drei Wochen. Ich glaube, das letzte Spiel dürfte so 20. sein. Das erste dann, nee, warte mal, doch. Doch 20. 20. ist das letzte Spiel und dann 13. Ja, okay, dann sind es knapp drei Wochen. Also so drei Wochen, aber es ist wirklich, trotzdem ist es nicht viel Zeit. Aber das Gute ist halt natürlich, dass du dich mit der Leistung, die du jetzt in den letzten Wochen gezeigt hast, halt gar nicht in eine großartig bedrängliche Situation bringst. Denn stell dir mal vor, wir hätten jetzt nur sieben Punkte oder wir hätten nur zehn Punkte und dann wäre die Situation schwieriger geworden. Dann wäre es auch schwieriger geworden für Spieler, die jetzt neu dazukamen, sich besser einzuarbeiten, weil der Druck ein ganz anderer ist. Und genau das hast du jetzt geschafft, dass eben jener nicht in dem Maße da ist. Es gibt Situationen und gerade auch die Pokalsituation, da werden wir gleich drüber zu sprechen, kommen auch im Conference Cup. Da musst du liefern und das musst du natürlich auch in der Bundesliga, aber du hast halt einen anderen Druck und das ist, glaube ich, für die Jungs richtig gut. Ja, du hast ja jetzt einfach durch die letzten Spiele Ruhe erkauft, erspielt, um halt wirklich einfach da an den Sachen zu arbeiten. Das wäre, wie du schon sagst, wenn man jetzt mit einem deutlich geringeren Punktestand dastehen würde und diese ganzen Diskussionen wieder irgendwie anfangen, dann bist du in so einem großen Druck liefern zu müssen, dass du einfach dich nicht auf die notwendigen Details konzentrieren kannst an der Stelle. Also das ist schon einfach sehr wichtig. Auf jeden Fall. Aber du hast es gesagt, wir müssen auch dann mal über den Pokal sprechen. Und da hatten wir ja in der letzten Woche schon ein Pokalspiel, nämlich das Spiel im DFB-Pokal in Köln, nicht beim FC, sondern bei der Viktoria Köln. Ein kleines Stadion, trotzdem voller Auswärtsblock, eine große Stimmung im Stadion, wo auch durchaus das ein oder andere Fünkchen Pyro getündet wurde. Tatsächlich eine größere Rotation auf dem Platz, als ich erwartet hätte. Also wir hatten Kral im Tor vertrappt, der wieder so ein bisschen Maleste mit dem Rücken hatte. Das war, glaube ich, dann eher Vorsichtsmaßnahme. Dann hattest du Hasebe in der Innenverteidigung für Tuta. Du hattest in Kunku für Max, was für mich noch der nachvollziehbarste Wechsel war, weil der einfach ein bisschen Spielpraxis braucht. Dann hattest du Hauge für Knauf und in Gang kam für Mamouche. Also hättest du vor dem Spiel mit so vielen Wechseln gerechnet? Nein, auf gar keinen Fall. Also ich fand, das war durchaus ein smarten Move, Hasebe reinzubringen. Das kann man ja durchaus gut machen. Auch Kral ist eine super Sache, der sich übrigens auch herausragend gut geschlagen hat. Lob an dieser Stelle. Da wird jetzt im Alter wirklich noch zum Vielspieler hier bei der Eintracht. Aber ich hätte nicht gedacht, dass gerade ein Heuge, hätte ich jetzt nicht unbedingt damit gerechnet, dass der spielt. Und er hat es gemacht. Leider muss ich sagen, dass die Spieler, die reingekommen sind, Gang kam, Hauge, also Heuge oder auch Ngunku, sich nicht so hundertprozentig positiv eingefunden haben. Ich fand, Buta war tatsächlich ganz gut. Hasebe, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber gerade so der linke Bereich, der linke Offensivbereich, das hat für mich nicht so hundertprozentig gut funktioniert. Und da muss ich auch sagen, ich habe mir echt erhofft, dass Heuge eine größere Relevanz in dem Spiel entfalten kann. Das konnte er nicht. Da waren die Fans auf den Rängen übrigens auch, wie natürlich auch gegen Union, wesentlich stärker und haben mich mehr erfreut, muss ich sagen. Ja, also ich fand auch, man ist irgendwie schwer in dieses Spiel gekommen. Ich meine, klar, Viktoria Köln war klar, dass die jetzt auch kein super einfach zu bespielender Gegner sind. Die sind von vornherein sehr motiviert in die Zweikämpfe gegangen. Aber ich fand schon, man hat sich jetzt auch so ein bisschen auf dieses Niveau runterziehen lassen. Es wirkte teilweise so ein bisschen unbeholfen, behäbig, vielleicht auch so ein bisschen nervös. Da waren viele unnötige Ballverluste drin. Nichts wirklich gravierendes, wo ich jetzt irgendwie gedacht hätte, oh Gott, oh Gott, wenn wir jetzt hier nicht aufpassen, dann schießt uns der Drittligist hier irgendwie 4-0 ab. Aber es war schon im Vergleich zu den anderen Spielen und gerade vorher am Wochenende das Dortmund-Spiel gesehen hat, was ja auch auf einem ganz anderen Tempo ablief, fand ich, sind wir da schwer reingekommen. Und auch das Tor von Skiri in der 14. Minute, fand ich, hat jetzt nicht wirklich dazu beigetragen, dass wir uns irgendwie dadurch beflügelt gefühlt hätten, sondern wir haben weiterhin so ein bisschen auf diesem niedrigen Niveau gespielt, fand ich. Ist genau das. Also wir haben auf einem relativ niedrigen Niveau gespielt. Aber man muss auch sagen, manchmal ist es so, dass ein gutes Pferd nur so hoch springt, wie es sein muss. Und jetzt bezahle ich auch die 5 Euro virtuell. Es ist manchmal so. Im Endeffekt muss ich auch sagen, klar, Viktoria hat zu Hause gespielt. Die waren top motiviert. Die haben auch die eine oder andere Chance gehabt, wo man sagen muss, gut, dass Graal am Start war. Insofern, was soll ich kritisieren? Ich kann kritisieren, dass die Einzelspiele, die reingekommen sind, sich nicht so gut gezeigt haben, wie ich es mir erhofft hätte. Und Gangka wird, glaube ich, tatsächlich echt ein paar Probleme haben. Auch wenn ich ihn super sympathisch finde. Ich mag den Kerl echt. Aber wenn Nacho jetzt ins Tore schießen kommt, dann wird es schwierig. Denn es ist klar, dass Nacho, je mehr Tore er schießt, im Gangka gefährlich wird. Der hat ja auch eine bullige Körperstatur. Natürlich ist es so. Wir haben darüber gesprochen. Und Mamouche wird über den Winter hinweg beim Afrika Cup sein und wahrscheinlich im Optimalfall für ihn länger weg sein. Das heißt, da vorne brauchst du jemanden. Wir haben eh gesagt, dass wir ein, zwei Stimme auf jeden Fall verpflichten. Aber trotzdem, ein Gangka muss sehen, dass er diesen Kampf da annimmt und wirklich besser in die Spur kommt. Ich glaube, bei dem Kunku, da gucke ich drüber hinweg. Der hat auch schon sehr gute Spiele gehabt. Da hat man schlechte Spiele dabei gehabt. Aber auch bei Holger ist es leider so, dass er dann sagen muss, das sind die Spiele, da muss er sich beweisen. Weil er nicht so ganz so viele bekommen wird. Und da wird es schon ein bisschen brenzlig. Da schiele ich schon aufs Wintertransferfenster. Also insofern muss man abwarten. Aber das war für mich enttäuschend. An sich sage ich trotzdem, die Eintracht auch, dass in der 63. Minute die Möglichkeit war, Holger auszuwechseln, Knauf reinzukommen. Der schießt dann das 2-0. Solche Sachen gefallen mir natürlich. Ja, also da sprichst du zwei wichtige Punkte an. Also ich finde, in Gangka tut sich da gerade schwer und tut sich selbst auch keinen Gefallen damit. Im direkten Vergleich gegen Ferry, der halt einfach die Tore dann auch macht, wird der klar den Vorzug bekommen. Ich finde, in Gangka lässt sich da dann auch ein bisschen zu schnell irgendwie ablenken. Das ist mir auch in den Spielen davor aufgefallen. Wenn du Mittelstürmer bist, wenn du da diesen Körper hast, dann musst du dich halt auch mal mehr durchsetzen. Und dann finde ich ein bisschen zu leicht, dann da auch aus dem Konzept bringen zu lassen. Das funktioniert nicht. Und klar, Heuge ist dann natürlich auch so ein bisschen schade, weil er ja in der Vorbereitung oder nach der Vorbereitung da so sehr gelobt war und dann aber auch relativ schnell wieder abgetaucht ist. Also ich glaube, da kann man schon davon ausgehen, dass wenn da jetzt nicht gerade ein großer Sprung kommt, sich dieses Kapitel über kurz oder lang einfach auch beenden wird, was jetzt glaube ich dann auch nicht weiter tragisch ist. Nee, ich will, ehrlich gesagt will ich, dass es allen Spielern nur so gut wie möglich geht und dass sie ihren Platz finden. Aber ich schätze nicht, dass Heuge seinen Platz dauerhaft in Frankfurt finden wird. Und das ist schade, weil man hofft es. Und das ist natürlich auch ein finanzieller ganz schöner Invest gewesen. Aber was soll man machen? Aber so ist es. Es funktioniert halt nicht immer. Ich hoffe, dass es beispielsweise, wo es bis jetzt, ja, keine Ahnung, ich hoffe, dass es bei anderen noch funktioniert, dass ein Gangkampf noch in die Spur wiederkommt. Müssen wir abwarten. Aber, ja, es ist trotzdem so, dass die Eintracht das Spiel gewonnen hat und das war alles, was zählt. Und dass wir jetzt in der nächsten Runde einen spannenden, spannenden Gegner haben und wiederreisen müssen. Was aber in dem Fall okay ist, geht gegen Saarbrücken. Holy Gorkamoli. Der Bayern-Killer. Ja, es ist krass. Der Bayern-Killer, die natürlich in den letzten Jahren, ja, es ist ein spannender Verein, die in den letzten Jahren, ja, auch durchaus positive Entwicklungen hatten. In der Saarbrücken war ja auch echt eine Mannschaft oder ein Verein, der lang gebeutelt war. Und jetzt in der Liga, naja. Aber als Verein ist es ein spannendes Aufeinandertreffen. Ich freue mich auf das Ludwigspark-Stadion. Da müssen wir mal gucken, wie das mit den Plätzen ist. Das Spannende ist ja wirklich, du hast ja gesagt, wir haben es gegen die Bayern geschafft. In der Liga irgendwie, glaube ich, Platz 14, 15, wo es eigentlich gar nicht so gut läuft. Da hat man eigentlich mal irgendwann mal gedacht, es geht weiter nach oben, vielleicht Richtung zweite Liga mal perspektivisch. Danach sieht es gerade nicht so aus. Aber zu unterschätzen sind die natürlich keineswegs. Da müssen wir ganz genau aufpassen. Die Bayern sind nicht einfach so dort gestolpert. Aber trotzdem glaube ich, dass es ein Los ist, mit dem wir trotzdem arbeiten können und mit dem wir gut arbeiten können. Ja, also in der Liga, wie du schon gerade gesagt hast, dritte Liga stehen sie aktuell auf Platz 15. Mit 15 Punkten sind deutlich von den Aufstiegsrängen entfernt und leider auch nur zwei Punkte vor der Abstiegszone. Also von daher, die haben durchaus ein bisschen dort zu kämpfen. Wird auf jeden Fall auch da wieder ein spannendes Los. Ist nicht so ewig weit weg. Eigentlich auch wieder eine gute Variante für Auswärtsfahrten. Aber auch Saarbrücken, stabile Heimfans. Also das wird auf jeden Fall ein stimmungsreiches Spiel, aber auch ein Los, mit dem wir, wie du sagst, arbeiten können, was wir aber auch auf gar keinen Fall zu leicht nehmen können. Man hat es gegen Bayern gesehen, sich da auch lange reingehalten, nicht aufgegeben, bis in die Nachspielzeit gegangen und dann halt sich einfach auch selbst belohnt. Ich glaube, die werden da mit einer ganz großen Portion Selbstvertrauen an dem Tag auflaufen. Auch wenn es noch ein bisschen hin ist. Es ist, glaube ich, am 6.12., wenn ich mich nicht vertue. Aber auch alles ganz schnell. Das ist so krass. Ich finde es so heftig, weil momentan geht es halt wieder total rund. Also du hast jetzt, wir werden ja gleich über Conference League sprechen, aber du hast englische Wochen. Und zwischendrin hast du ja irgendwie noch diese komische Länderspielzeit. So, und dann geht es Baller, 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 Baller und dann geht es DFB-Pokal und dann geht es aber auch schon wieder Liga und dann geht es aber auch nach Aberdeen am Ende noch. Also es ist richtiges Geballer jetzt nach Vorweihnachten. Da passiert so viel. In einem Monat, wer weiß, wo die Eintracht dasteht, vielleicht schon auf Europacup-Plätzen. Ja, wer weiß, wäre ja auch nicht so verkehrt. Alles möglich. Aber da passiert jetzt echt einiges und die Eintracht muss wach bleiben. Dementsprechend ist es ein größerer Kader, ein großer Kader, ein variationsreicher Kader, wie er sich gerade andeutet bei der Eintracht selbst und der Offensive, auf jeden Fall ein großer Gewinn. Ja, wie du sagst, es geht schnell und es ist ein volles Programm. Wir haben jetzt am Donnerstag Helsinki, da werden wir gleich noch übersprechen. Dann haben wir am Sonntag die Auswärtsfahrt nach Bremen. Dann kommen diese beiden wunderbaren Länderspielwochen. Dann haben wir zu Hause gegen Stuttgart, was auch noch spannend wird, wie sehr oder wie gut ist der VfB in Form ohne ein Gerasi. Dann hast du das Heimspiel gegen Saloniki. Dann hast du eine Auswärtsfahrt nach Augsburg. Wie könnte man sich einen Sonntag besser vorstellen? Dann hast du, glaube ich, wieder eine Länderspielpause. Nee, Quatsch, da ist es dann noch das Spiel gegen die Bayern zu Hause. Dann hast du die Auswärtsfahrt nach Aberdeen. Dann hast du Leverkusen. Dazwischen war dann irgendwann noch der Pokal. Dann hast du noch Gladbach kurz vor Weihnachten. Also das ist einfach ein supervolles Programm tatsächlich. Und dann geht es ja, wie wir schon gerade eben gesagt haben, nach drei Wochen Anfang Januar direkt wieder weiter. Und dann beginnt auch gleichzeitig noch die Transferphase, wo dann auch wieder das Scharren um Zugänge, Abgänge usw. losgeht. Also reichlich Fußballthematik, die da in den nächsten Wochen ansteht. Genau so sieht es aus. Aber wie gesagt, ich freue mich sehr, dass die Eintracht es geschafft hat, weiterzukommen. Es ist interessant ja natürlich auch insofern zu sehen, dass wir natürlich schon ein bisschen, ich finde schon ein bisschen Losglück, kann man schon sagen, haben wir schon. Es hätte auch uns anders treffen können. Und es ist ja auch so, dass dieser Pokal mir so viel Spaß gerade macht. Also ich meine übrigens, ganz ehrlich, wenn ihr den Pokal jetzt verfolgt habt, ich glaube, es gibt kaum eine bessere Runde, als die, die die letzten Pokaltage da war. Also meine Güte, sowohl Dienstag als auch Mittwoch, so spannungsgeladen, so überraschende Ergebnisse. Das ist schon richtig geil. Wir haben super coole Teams, die weitergekommen sind. Na klar, ich meine, allein die Tatsache, dass es geschieht, dass die Bayern raus sind, ist super. Natürlich aber auch die Tatsache, dass Leipzig es nicht geschafft hat. Also das sind so Kleinigkeiten, die machen mir so viel Bock in diesem scheißgeilen DFB-Pokal. Und ich sage es mal so, die nächste Runde, die gibt uns die Möglichkeit zu sagen, wir gucken. Wenn wir gegen St. Brücken weiterkommen, da ist schon wieder dann sehr viel möglich, weil wir in der Bundesliga, die beiden das Bundesliga-Duell haben, der VfB gegen Dortmund. Das heißt, da scheidet ein Bundesligist aus. Gladbach, Wolfsburg scheidet auch ein Bundesligist aus. Wir haben sehr viele spannende Duelle beispielsweise auch. Ich habe beispielsweise eine Zuschauerheit, die richtig Bock auf Homburg gegen St. Pauli. Du weißt auch nicht, was da passiert. Lautern gegen Nürnberg, wollte ich auch gerade sagen. Also wenn du Bock hast auf Fußball und dir geile, so nostalgische Begegnungen irgendwie angucken willst, Lautern gegen Nürnberg ist doch eigentlich der Inbegriff von geilem Fußball. Ja, das ist es auf jeden Fall. Also ich glaube, das macht richtig großen Spaß und wir wissen jetzt schon, dass auf jeden Fall nicht nochmal Leipzig den DFB-Pokal hintereinander gewinnt, sondern dass es auf jeden Fall neun gibt. Und auch nicht die Bayern. Und auch nicht die Bayern. Also wir waren ja letztes Jahr im Finale. Ich würde es auch nochmal machen. Ich würde es auch nochmal machen. Also und ganz ehrlich, auf Dortmund würde ich mein Geld momentan auch nicht setzen. Also ich glaube, wenn einer da gerade mit irgendwie am gefährlichsten noch in der Runde ist, dann ist es Leverkusen, die ja auch in der Liga einfach. Also ganz ehrlich, Clubmannschaft, ja. Aber das, was die halt auch fußballerisch da gerade eben auf den Platz bringen, wow. Also Xabi hat die richtig auf Trab gebracht, die Jungs. Also es ist richtig gut. Ich würde mal sagen, es ist kein Wunder, aber er macht das schon herausragend gut. Und ich glaube, jeder Leverkusener Fan kann froh sein, um jeden Tag, wo Xabi weiter Trainer dort ist. Also es ist schon richtig spektakulär. Also der DFB-Pokal verspricht auf jeden Fall spannend zu werden. Das Los gegen Saarbrücken ist sowohl für Auswärtsfans als auch für Menschen, die einfach stimmungsvollen Fußball sehen wollen, ist das was. Und wir haben weiterhin einfach auch Chancen, da weiterzukommen. Wir müssen uns ein bisschen cleverer anstellen als die Bayern. Aber im aktuellen Flow traue ich uns das ohne weiteres zu. Ja, sehr gut. Das glaube ich auch. Wie viel traust du uns denn im aktuellen Flow am Donnerstag gegen Helsinki zu? Es ist Auswärtsspiel. Wir spielen 1845. Ist noch nicht so ganz irgendwie finnische Temperaturen. Es ist, glaube ich, noch im Plus-Bereich. Aber weiterhin halt trotzdem einfach anderes Klimagebiet. Wenig Sonnenstunden. Wir spielen auf Kunstrasen. Was glaubst du, geht da am Donnerstag? Ich meine, wir haben gesehen, wie die Eintracht das im Waldstadion gemacht hat. Das 6 zu 0 war natürlich krass. Und ehrlich gesagt, die Eintracht muss weiter ballern. Das sind Spiele, die du jetzt komplett gewinnen musst. Dadurch, dass du gegen Saloniki verloren hast, hast du dich irgendwie in eine blöde Situation gebracht. Das kannst du jetzt nur egalisieren, indem du immer weiter ballerst. Also gegen Helsinki musst du gewinnen. Du musst jedes Spiel gewinnen. Es ist, wie ist es? Du musst gegen Helsinki gewinnen. Du musst gegen Saloniki gewinnen. Und du musst am Ende dann auch in Everdeen. Und da wird es schwierig. Da wird es richtig schwierig. Das wird eine andere Kiste. Aber wenn du die nächsten beiden Spiele gewinnst, dann geht es rund. Und ich glaube, dass wir auf jeden Fall gegen Helsinki, haben wir gesehen, schon einen Leistungsunterschied. Das sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Das will ich auch sagen. Ich glaube, du solltest nicht ganz so viel rotieren, sondern in ähnlicher Formation bleiben, wie du das jetzt gegen Union hattest. Das sollte man wirklich, wirklich sehr ernst nehmen. Und dann hast du ja immer noch Möglichkeiten, mit denen du dann variierend oder variabel einsetzbar ein- und auswechseln kannst. Ich glaube, das ist super. Aber das muss klappen. Und ich hoffe, die nehmen das ernst. Und ich gehe davon aus, dass ein Dino Topmüller ganz genau weiß, die muss ich hart anpacken. Und dann wird das auch gut. Und dann glaube ich auch, dass wir zumindest ein 2-3-0 aus Helsinki wieder mitnehmen und uns freuen, dass wir weiterhin in einer Situation sind, in der alles möglich ist. Ja, also ich glaube schon, dass es nochmal ein bisschen anderser wird als im Waldstadion. Sie waren zwar auch mit einem durchaus respektablen Auswärtssupporter unterwegs, aber das ist natürlich bei denen vor Ort nochmal anders. Die konnten sich jetzt natürlich auch richtig auf dieses Spiel vorbereiten, dadurch, dass ja deren Saison schon durch ist. Und die müssen jetzt auch sich keine Gedanken machen über, ja, was passiert jetzt irgendwie hier mit der Puste, wenn wir jetzt hier über Vollgas 90 Minuten gehen, weil die haben halt kein Spiel mehr hinten dran. Ja. Ja, ich sag mal, wenn du die ersten zwei Dinger gemacht hast, dann könnte bei denen auch so dieser Denkprozess ausgehen, so nach dem Motto, müssen wir jetzt hier wirklich noch richtig Gas geben, weil eigentlich ist das Thema sowieso für uns gegessen. Sie sind aktuell letzter in der Tabelle. Ja, also ich meine, auch da darf man nicht vernachlässigen, der Dosenöffner gegen Helsinki war ein Elfmeter, der uns dann relativ zum Vorteil gereicht ist. Ich glaube, damit kann man nicht immer rechnen, das heißt, man muss auch geduldig bleiben, aber ich denke schon, dass die Eintracht allein die Qualitäten hat. Ob das jetzt zweimal Dina Elbimbe sein wird, das bezweifle ich vielleicht, das wird vielleicht nicht so klappen, aber wir kriegen das hin. Und wichtig ist, dass wir nicht ganz so unfassbar rotieren, sondern dass wir da wirklich wach bleiben. Und dann muss auch bei, egal welcher Temperatur, musst du da stabil bleiben. Ich hoffe, dass relativ viele Fans hinfahren. Ich habe schon gehört, dass einige schon gebucht haben und da auf jeden Fall in Helsinki am Start sind. Ich hoffe, die haben auch alle Tickets. Das Stadion wird hier nicht ganz so groß sein, aber es wird einmal mehr, wird die Eintracht beweisen, dass die ein reisendes Publikum hat. Ich fand es trotzdem übrigens auch stark, dass so viele aus Helsinki auf jeden Fall auch hier waren. Das ist alles nicht selbstverständlich. Das ist für mich schon geil, Europa Cup. Und ja, jetzt die vorletzte Reise, bevor wir dann vielleicht in der nächsten Runde wieder ganz woanders hin müssen. Schauen wir mal, ich bin da optimistisch, aber die Eintracht wird das schaffen. Die spielen aber in ihrem eigenen Stadion, ne? Ich gehe jetzt tatsächlich mal davon aus, weil ich jetzt nicht gehört habe, dass jetzt irgendwie das Olympiastadion dafür klargemacht wurde. Ja. Ich gehe tatsächlich von dem kleineren Stadion aus. Olympiastadion war das, wo wir hier den Supercup gespielt haben, ne? Das war doch auch Helsinki. Genau, die Bolt Arena fasst halt nur so 10.000 Leute. 10.770. Ja, genau. Ja, genau. Genau, 10.11.000. Ich war mir nicht mehr ganz sicher. Also das ist tatsächlich halt nicht ganz so viel, ne? Das heißt, wenn du dann irgendwie 10, ja, 10, bekommen wir 10 Prozent? Ja, wahrscheinlich, ja. 5 Prozent. Ja, kannst du dir vorstellen, dass es 600 Leute gibt. Also hier stehen, 5 Prozent ist das, was dir zusteht. Das wären so rund 560, 550 Karten, sowas, um den Dreh. Also das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Ich könnte mir vorstellen, dass man über den freien Verkauf noch was hat. Also am Ende kannst du vielleicht so mit um die 1.000 Plätzen irgendwie rechnen. Ja, tja, das wäre schon gut. Also wie gesagt, da werden einige am Start sein. Die Eintracht hat ja viel den Verkauf dann auch gemacht. Hoffen wir, dass es klappt. Ich freue mich für jeden, der hingefahren ist und habe einfach einen mega Respekt davor, dass wir wieder sehen, wie viele, ich kann ja diese Saison nicht ganz so viel reisen, Jobmäßig bin ich da ein bisschen gehandicapt. Und dementsprechend ist es immer schade, dass man halt nicht ganz so überall mit kann. Aber es ist umso schöner zu sehen, wie viele einfach so motiviert sind und so viel Bock haben. Das erfreut mich. Das ist halt auch Teil dieser Eintracht-Familie. Wir werden ja hier zu Hause vor einige Herausforderungen gestellt, muss man ja sagen. Da ist ja in Sachen Choreo leider nicht ganz so viel möglich bislang. Ich hoffe, das ändert sich zeitnah. Das ist ein sehr, sehr ärgerliches Ding. Denn man muss schon sagen, das Waldstadion im Europacup-Modus, das ist schon was ganz Besonderes. Und es ist nicht so, als würden sie nicht gern. Jeder würde gern, aber da müssen echt zeitnah mal Lösungen gefunden werden. Hoffe ich, hoffe ich sehr. Und dann geht es weiter. Ja, es ist halt einfach so traurig, weil diese Spiele hätten halt wirklich einfach diese Choreos verdient. Ähnlich wie wir es ja bei den Champions-League-Spielen hatten und bei den vorherigen Euro-League-Teilnahmen, hätten es diese Spiele einfach auch verdient, von bekannten großen Choreos begleitet zu werden. Das ist halt richtig traurig. Das ist richtig traurig. Das Spiel ist relativ früh am Donnerstag übrigens. Ich glaube, das ist unsere Zeit, 1845. Wenn ihr aber sagt, ich höre unseren Podcast hier gerade, den Eintracht-Podcast, lasst übrigens mal bei Spotify mal ein Abonnement da. Das würde uns sehr freuen, wenn ihr das gerade über Spotify hört. Und dann kann ich euch sagen, ihr seid gerade eh vielleicht in Helsinki und habt nichts zu tun. Und dann könnt ihr jetzt noch Karten kaufen. Ich war nämlich eben auf der Webseite und ich habe gerade gesehen, es gibt sogar noch ein paar Karten. Haupttribüne, 40 Euro, kann man sich noch aussuchen. Ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass das so möglich ist, aber offenbar. Hätte ich jetzt auch nicht. Und 40 Euro ist jetzt auch kein, also ist jetzt kein total überzogener Preis eigentlich. Nee, also die Preise waren sowieso, wie ich jetzt so gesehen habe, tatsächlich in Ordnung. Also wir hatten so 40, ja 40 Euro war das Höchste. Also insofern, K18, kann natürlich sein, dass ihr dann bei den Ultras seid, aber ich weiß jetzt nicht, wie die Ultras da so am Start sind. Ja, dann schnappt ihr euch einfach draußen am Verkauf, habe ich gerade eben gesehen, Stadion Bier ist das gute Karlsberg für schlappe 8 Euro oder halb Liter. Da holt ihr euch einfach nochmal irgendwie so drei Liter Karlsberg und dann werdet ihr auch mit den Ultras schnell Freunde. Also, das geht dann auch noch. Ja, das gute Karlsberg. Lecker, lecker, lecker. Was glaubst du denn aufstellungstechnisch? Es ist ja, glaube ich, noch so ein bisschen ein Fragezeichen an Tuta dran, was jetzt tatsächlich da mit der Schulter ist. Und ja, Trapp war jetzt am Wochenende gegen Union am Start. Und unter der Woche gegen Viktoria, wie wir ja gerade eben gesprochen hatten, dann tatsächlich nicht. Glaubst du, da gibt es irgendwie große Überraschungen? Oder wie siehst du das? Spielen beide? Gibt es da Veränderungen? What's your take? Also, ich würde tatsächlich erstmal denken, dass wir genauso spielen, wie wir es gemacht haben. Also, ich gehe nicht von großartigen Veränderungen aus. Ich bleibe da erstmal optimistisch, denn das ist mein Gefühl. Ich habe jetzt auch nichts gehört, wo ich sagen muss, das wird auf jeden Fall einen Ausfall geben. Okay. Und ich glaube auch, dass ein Trapp weiter stabil bleibt. Der hat sich ja sehr gut gegen Union gemacht. Also, für mich, Stand jetzt, wird sich erstmal nicht viel tun. Ich würde, wenn es auch nicht anders möglich ist, muss man natürlich wechseln. Aber an sich würde ich jetzt auch keinen Wechsel jetzt bevorzugen. Ich hoffe, dass es ehrlich gesagt so bleibt, wie wir es jetzt hatten. Okay, das heißt... Ist gut, ist anders? Würdest du was umstellen? Na gut, du musst eine Änderung ja auf jeden Fall machen, weil Max ist ja nicht nominiert. Und der darf ja nicht, das heißt, da müsstest du auf jeden Fall ja mit entweder in Kunko starten oder du setzt halt Knauf auf die linke Bahn, je nachdem, wie da halt die Thematik läuft. Also, diesen Wechsel musst du machen. Da kommst du nicht drum rum. Übrigens auch toll. Gut, dass du Max nochmal angesprochen hast. Ich hatte es wieder vergessen. Aber allein die Tatsache, dass Max sich wieder in die Mannschaft gekämpft hat. Natürlich spielt er vielleicht nicht die Sterne vom Himmel. Aber der macht so eine solide Partie gegen Union, hat er vollkommen in Ordnung gespielt. hat sich richtig reingeackert. Das ist cool. Das zeigt, die Möglichkeit ist da. Warte mal ab, wenn wir dann in Europa Cup Situationen im Winter bestehen. Dann kann es gut sein, dass er dann nominiert wird. Also, insofern, das finde ich gut. Ich würde tatsächlich sagen, lass mich mal überlegen. Wir könnten natürlich, aber eigentlich, wir brauchen ja keine Angst haben. Und dann würde ich sagen, lass uns doch Knauf auf die Max-Position schieben. Lass uns doch mal ein bisschen ändern. Knauf auf die Max-Position und dann die freigewordene Stelle einfach mal mit Götze wieder besetzen, oder? Das wäre doch auch nicht schlecht. Also, entweder hast du hier irgendwie so eine kleine Kamera installiert und siehst die Aufstellung, die ich schon von meinem geistigen Auge, Schrägstrich, auf dem PC hier gerade eben vor mich hin bastle. Weil das war nämlich genau meine Überlegung gerade. Einfach Götze mal wieder auch die Zeit zu geben und mal so ein bisschen Spielpraxis wieder zu sammeln. Weil ich glaube, das ist tatsächlich das, was ihm damit am meisten gerade eben einfach auch fehlt. Ihn neben Chai-Ibi-Stellen vielleicht auch mal so im Game mal so ein bisschen zurückfallen lassen und Lasson den Raum nach vorne hin aufmachen. Das wäre tatsächlich auch die Aufstellung gewesen, die ich gerade eben so im Kopf hatte. Spannende Frage auf rechts. Buta oder Ibimbe? Oh, wow, gute Frage. Ich weiß, deswegen stelle ich sie. Ja, das ist ja ungewöhnlich für dich, aber naja. Ja, vielen Dank. Ach, das ist eine gute Frage, weil im Endeffekt muss ich sagen, ich fand, Dina war solide. Fand das jetzt nicht schlecht, aber auch nicht unfassbar gut. Aber ehrlich gesagt, lass ihn mal da weiter wirken. Ich würde mal sagen, lass nur mal Ibimbe die Chance geben. Und Buta, immer gut für eine Einwechslung. Ist aber jetzt auch kein absolutes Drama, wenn der jetzt nicht sofort spielt. Also insofern, ich würde weiter mit Dina Ibimbe gehen. Ja, bin ich vollkommen fein mit. Ich kann da gerade wirklich weder dem einen noch dem anderen großartig einen Vorzug geben. Ibimbe hat ähnlich wie Buta gerade oder Buta in der Vergangenheit, muss man sagen, auch immer so den Teil drin, dass sie nicht immer so konstant in ihren Leistungen waren. Ibimbe gerade auch zuletzt sehr schwankend, aber jetzt am Wochenende gegen Union ja durchaus auch wieder gefestigter, würde ich glaube ich, bezeichnen. Aber ich finde es schon auch gut, was Buta da einfach auch in den letzten Spielen geleistet hat. Also du konntest eigentlich immer froh sein, wenn er da gespielt hat. Aber ich würde dir da zustimmen, lass Ibimbe von Anfang an, dass er so ein bisschen in den Rhythmus reinkommt. Und ich glaube, du kannst Buta auch ganz gut einfach wieder einwechseln. Denke ich auch. Also machen wir es doch so, oder? Ansonsten erst mal keinen Wechsel. Und dann haben wir wieder einiges an Spielermaterial, die dann reinkommen können. Und mal zeigen können, was sie noch Willen sind zu leisten. Also insofern, klingt auch gut. Ja, und wer weiß, vielleicht kriegt Chandler auch wieder einen Kurzeinsatz und kann sich wieder beweihen. Oder Ferry kommt rein und macht auch gleichzeitig nach seinem ersten Tor in der Bundesliga gleich auch noch ein Tor auf internationaler Bühne. No joke, watch out for Ferry. Auf jeden Fall glaube ich, dass der wird Blut geleckt haben. Und ich meine, er hat sich gegen einen absoluten, richtigen, guten Bundesliga-Gegner bewiesen. Und aber auch allein dieser Kombination. Ich werde nicht satt, das zu sehen. Merkt man gar nicht. Diese wunderschöne Kombination, Götze, Ferry, das war so schön. Gegen einen wirklich guten Gegner. Das hat mir sehr großen Spaß gemacht. Übrigens an dieser Stelle, ich hoffe tatsächlich, ich weiß nicht, ob der eine oder andere Union dazu hört, ich hoffe, dass die es noch locker packen. Da bin ich eh von überzeugt, klar. Aber tatsächlich auch ohne Trainerwechsel. Denn ich muss echt sagen, ich finde Ubers Fischer cool. Ich will eigentlich, dass die wieder in die Spur kommen. Und die waren jetzt schon mal die Ausnahme zur Regel. Die waren die Ausnahme zur Regel, dass man als kleiner Verein von der zweiten Liga dann immer weiter den Schritt nach vorne macht. Und immer komplette neue, ekstatische Erlebnisse feiern konnte. Das war unfassbar, der Lauf der Unioner. Und das ist ja eine Ausnahme dieser Regelung. Die zweite Ausnahme könnte sein, wirklich diesen Teufelskreis zu durchbrechen. Zu sagen, wir halten an einem Trainer fest. Wir wissen auch, in schwierigen Situationen ist selbst der beste Trainer schon gegangen oder gegangen worden. Und Jürgen Klopp musste auch irgendwann von BVB weg. Also insofern. Aber trotzdem, wenn sie es schaffen mit Ubers Fischer, ziehe ich meinen Hut. Und dann freue ich mich, dass die dann sich zumindest im Tabellenmittelfeld am Ende der Saison wieder einfinden. Ja, und da gibt es durchaus andere Kandidaten, denen ich es eher wünschen würde, mal eine Bundesliga-Pause einzulegen. Zu dieser Thematik Trainerentlassung. Ich glaube auch, dass es zu früh wäre, das jetzt zu machen. Es sei denn, man hat eindeutige Belege dafür, dass es zwischen Mannschaft und Trainer überhaupt nicht mehr funktioniert. Was ich mir ehrlicherweise nicht vorstellen kann. Weil wie du schon gesagt hast, er hat ja eigentlich auch in den letzten Jahren da immer wieder Mittel und Wege gefunden. Und das hätte ja nicht, er hat sich ja bis in die Champions League quasi durch alle europäischen Wettbewerbe bis jetzt in die Champions League geführt. Das hätte ja nicht funktioniert, wenn es da nicht auch ein gutes Zusammenspiel zwischen Mannschaft und Trainer gibt. Und da würde ich mir wirklich auch wünschen, unabhängig von Union, aber auch für andere Vereine und auch für unseren in der Zukunft. Und falls wir irgendwann, oh Gott bewahre, wieder an diesen Punkt kommen würden, nicht immer dieses Los-Trainer-Wechsel zu ziehen, wenn es doch vielleicht gar keine eindeutigen Belege dafür gibt, dass das auch wirklich das beste Mittel ist. Ich glaube, in vielen Fällen wird diese Karte einfach gezogen, weil man meint, sie ziehen zu müssen, ohne einen wirklich konkreten Beweis dafür zu haben, dass das funktioniert. Und diesen Beweis kann es auch wahrscheinlich einfach gar nicht geben, weil es einfach viel zu wenig Vergleichsmuster gibt, wo man halt eben das nicht gemacht hat, weil halt eben diese Karte so oft gezogen hat. Oftmals nutzt sich diese Trainer-Hire-and-Fire-Mentalität tatsächlich schon ab. Das sehen wir selbst bei Bayern, wo auch konstant jetzt nicht unbedingt wirklich viel besser geworden ist nach Nagelsmann. Auch wenn es fast nicht mehr an Tränen hängt, aber das ist ein anderes Thema. Also ich glaube, dass bei Bayern einfach die Bayern und der ganze, also keine Ahnung, der ganze Schmodder um Uli Hoeneß und die ganzen Machenschaften da immer noch sich nach sich zieht. Tut mir Tuchel tatsächlich wie sie leid. Aber ich wollte nur sagen, es ist kein Automatismus und vielleicht bekommen die Unioner das hin. Wir werden es aus der Ferne verfolgen. Kann ruhig auch in tabellarischer Ferne bleiben, da habe ich keine Probleme mit. Ja, aber nicht so weit. Es kann sich ja nach oben verschieben. Einer kann nochmal auf fünf und auf zweiter Höhe und dann kann auch Union gern hochrutschen. Ja, genau. Also sie können auch so gerne noch ein bisschen hochrutschen. Wie gesagt, ich muss sie jetzt nicht als Abstiegskandidat sehen. Sie sind glaube ich schon durchaus ein Verein, der es mittlerweile verdient hat, in der Bundesliga zu spielen, die auch fanmäßig was sind, wo du auch glaube ich immer noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit für eine Bundesliga erzeugen kannst, wenn da gerade, weil sie jetzt ja auch international spielen, wo Union mit dabei ist. Ich glaube, da hast du so Spiele wie irgendwie Darmstadt gegen Heidenheim oder weiß ich nicht, Augsburg gegen Wolfsburg oder so. Also das sind so Dinger, da lockst du halt echt keinen hinterm Ofen hervor, außer du bist halt wirklich Anhänger einer dieser beiden Vereine. Aber auch das ist ja jetzt zahlenmäßig wahrscheinlich nicht mit dem Rest vergleichbar. So sieht es aus. Was ist denn dein Ergebnistipp für unser Donnerstagsspiel gegen HJK Helsinki? Was glaubst du, wie endet das Spiel? Ja, ich würde mal sagen, ach, sie schießen mal ein Tor, deswegen geht es 3-1 für die Eintracht aus. Okay, fair. Glaub ich, dass die ein Tor schießen. Ja, ich glaube, zu Hause werden sie schon auf jeden Fall ein Tor schießen. Wir werden wahrscheinlich nicht ganz so in den Rausch reinkommen, trotzdem traue ich uns mehr als drei Tore zu. Deswegen hätte ich jetzt gesagt, wir gewinnen 4-1, was auch nach wie vor ein absolut solides Ergebnis wäre. Und wir bleiben gleich so. Gerade so. Ein bisschen unter dem Niveau aus dem Hinspiel, aber wir akzeptieren das jetzt mal. Ja, ist doch gut. Auf jeden Fall wird es wieder ein schönes, hoffentlich schönes Fußballspiel. Es wird nochmal eine ganz andere Erfahrung da, in Helsinki zu spielen und wir müssen einfach in diesem Flow bleiben. Dann am Sonntag nochmal volle Energie gegen Werder Bremen in Bremen. Auch ein spannendes Spiel. Auch ein spannendes Spiel. Müssen wir dann nächste Woche besprechen, wie es ausgegangen ist. Es ist echt auch ein interessantes Knackerspiel eigentlich Bremen. In meinen Augen gerade kein, also klar sehen wir auch tabellarischer Verein, ein Team auch von der Zusammenstellung her nicht optimal. Wir müssen sehen. Aber Bore trifft. Ist auf jeden Fall. Ja. Wiedersehen mit einem alten Kollegen, dem ich nur das Beste wünsche. Und kann auch nach dem Spiel gegen die Eintracht wieder weitermachen mit dem Scrollen und mit dem Tore treffen. Aber vielleicht muss er gegen uns mal aussetzen. Bore hat auch jetzt am Wochenende, glaube ich, gegen Wolfsburg am Ende noch irgendwie das Tor zum 2 zu 2 gemacht. Genau. Genau. Super. Ich freue mich tatsächlich, dass das momentan schon echt wieder ganz gut läuft für ihn. Er ist tatsächlich, muss man auch mal ganz klar sagen, von dem Spielermaterial halt einer der Besten dort. Also, ich halte weiterhin nicht viel von diesem Kader, von der Zusammenstellung des Kaders. Wir hast viele Alibi-Kicker wie Bittencourt und so. Aber ich will jetzt nichts dazu sagen. Ansonsten ist es am Ende so, dass ich mich umgucke. Ich will es nicht beschreiten, aber wir wissen, wir kennen die Stärke von Bore. Wir wissen, dass man auch bei Dux immer aufpassen muss. Also, da gibt es trotzdem auch gefährliche Spiele. Warten wir es ab, aber vertrauen wir auf die Stärke der Eintracht. Ja, also das auf jeden Fall. Jetzt unter der Woche das Euro-League-Europa-Conference-League-Spiel. So muss man es ja korrekterweise sagen, sondern am Wochenende Liga. Und dann gucken wir uns mal wieder ein bisschen Länderspiele an oder auch nicht. Und dann geht es schon direkt wieder weiter mit den nächsten Knackerspielen. Aber da werden wir uns dann zu gegebener Zeit mit beschäftigen. Und wie Marvin gerade eben schon gesagt hat, wir machen jetzt hier keinen ausführlichen Ausblick auf Bremen, weil dafür ist das Spiel einfach noch viel zu weit weg. Wir wissen nicht, wie das Spiel am Donnerstag jetzt tatsächlich läuft. Wir wollen jetzt keine Verletzungen herbeireden, aber wer da wie Kräfte lässt und wer da wie irgendwie aufgestellt wird, das ist alles noch irgendwie ein bisschen zu sehr glaskugelig. Von daher besprechen wir einfach nächste Woche, wie das Spiel ausgegangen ist. Und dann können wir ja vielleicht auch so ein bisschen, ja, in größerem Rahmen Resümee ziehen, wo die Eintracht jetzt steht und wie sich das so weiterentwickelt. Dazu dann aber in der nächsten Woche mehr. Ja, ist doch geil. Aber ich glaube, wir haben gute Zeiten vor uns. Und wichtig ist auf jeden Fall, dass wir sehen, dass die Eintracht auf einem absoluten Aufwärtstrend ist. Und das werden wir auch hoffentlich gegen Kai Helsinki weitertragen können. Und dann schauen wir uns und hören uns nächste Woche. Genau. Möchtest du noch einen Shameless Self-Plug dalassen für eure aktuelle Fußball 2000-Sonderfolge, die ich noch nicht gesehen habe? Also nicht zu sehr spoilern, bitte. Nö, ich war ja nicht dabei. Nein, kein Spaß. Nein, aber tatsächlich ganz spannend. Ich musste jetzt kommen. Ich glaube, ich habe es auch noch nicht gesehen. Insofern sind wir beide noch unbedarft in dieser Situation. Ja, aber tatsächlich gibt es ja eine Sonderfolge. Da war großartig unter anderem Phil beteiligt an der Entstehung der Eintracht-Timeline, also der Weg zum Aufstieg. Könnt ihr euch auf jeden Fall mal geben mit den wunderbaren Radioreportagen des rasenden Reimemonsters Phil Hofmeister. Also sie hört sich sehr schön an. Kann man sich auf jeden Fall angucken, wenn man eine ruhige Minute hat. Es gibt ja auch bald die Länderspielpause. Und da gibt es ein bisschen Eintracht-Content. Also ich kann nur sagen, mit Sicherheit sehr gut. Genau. Und wenn ihr da mehr durch seid und kein Länderspiel gucken wollt, dann wir hier gerade irgendwie wieder so ein bisschen in unsere ehemals Empfehlungskategorie abgetrifftet sind. Falls ihr die aktuelle vierteilige Beckham-Doku auf Netflix noch nicht gesehen habt und ihr einen Netflix-Zugang habt, das ist die Voraussetzung dafür, dann kann ich euch die wärmstens auch noch ans Herz legen. Die lässt sich sehr schnell runterschauen. Ich hatte danach noch mehr Liebe für David Beckham als vorher schon. Ich halte ihn für einen ganz großartigen Fußballer. Und wenn das auch nur annähernd so tatsächlich stimmt, wie es in der Doku dargestellt wurde, dann ist er ein noch viel großartiger Mensch, als man vielleicht gedacht hätte. Ja, ja. Wie ist das anders? Ich würde am liebsten alles unterschreiben, aber erinnere dich, das ganze Geld, was er eingestrichen hat für seine Werbung für Katar. Ja, okay. Ja, gut. Das ist ein Manko. Das ist in der Tat richtig. Hatte ich kurz ausgeblendet. Ja, es ist auch vollkommen okay. Ich würde es auch gerne ausblenden. Es ist aber leider immer wieder diese Situation, dass wir halt sehen, dass der Fußball sich mit der Internationalen durchaus auch einfach korrumpiert. Wir sehen jetzt die Nichtmöglichkeit, andere Länder sich zu bewerben für die Weltmeisterschaft nach dieser mehrkontinentalen Weltmeisterschaft. Ja, und jetzt bleibt nur noch Saudi-Arabien. Ja, who would have thought? Also, wir machen uns da echt zeitweise einen vor und deswegen ist die FIFA problematisch, aber leider auch der internationale Fußball. Und wenn ich jetzt mir Leute angucke, die die NFL kritisieren, ah, jetzt kommt der Fußballtross nach Europa, denke ich mir, jo, aber das würde jeder Bundesligist und die Bundesliga genauso auch machen, haben sie zum Teil auch schon bei China. Hatten wir das nicht auf internationaler Bühne, wo irgendwelche UEFA-Spiele in Saudi-Arabien, Katar, whatever ausgetragen wurden? Am liebsten würden sie das alle machen. Aber die Nummer hatten wir doch schon, oder? Ich glaube, wir hatten sie schon, also insofern. Und wir hatten natürlich Freundschaftsspiele und so weiter. Und wir hatten auch schon Pokalspiele, andere europäische Ligen, die schon am Ausland ausgetragen wurden. Also, ich glaube, da tun die sich alle nix. Insofern, das beäugen wir weiterhin kritisch. Umso freundlicher und positiver sind wir auf der Situation, die bei der Eintracht gerade passieren. Ne? Ja, also, das kann man, glaube ich, so klar titulieren, wie es ist. Das ist ein absoluter Ausverkauf. Und da geht es jetzt primär wirklich nur noch darum, wo die meiste Kohle irgendwie gemacht werden kann und der Rest, ja, ist halt auch egal. Da geht es um Geld allein und um nichts anderes und Macht und Gedöns. Aber nicht mehr wirklich um den Sport und um den Fan im Stadion. Da sehen wir halt wirklich einfach die Auslegung auf den Fernsehfan. Und da wird ja auch die Deutsche Bundesliga mit ihrem komischen Streaming-Gedöns-Ding, wo sie irgendwelche Partner mit an Bord haben wollen, nicht in eine andere Richtung gehen und versucht, irgendetwas zu kopieren, was mal irgendwann vor zehn Jahren entworfen ist, in der Hoffnung, dass man auf gleiche Geldmengen irgendwie kommt und damit einfach das Ding komplett runterwirtschaftet. Aber ich glaube, damit würden wir jetzt in einem kompletten Pessimismus-Zweig abschweigen. Lass uns positiv bleiben und einfach wieder auf die Conference-League gucken, die ja an sich auch schon, aber die haben wir auch schon thematisiert, auch schon durchaus ihre Probleme mit sich bringt. Aber wenn die Eintracht europäisch spielt, ist mir das fast egal wo. Genau. Also schaut auf das Euroleague-Spiel am Donnerstag. Schaut vielleicht auf die neue Fußball-2000-Folge, auch wenn der liebe Marvin dann nicht mit dabei ist. schaut der Eintracht am Sonntag gegen Werder Bremen zu. Wir sind nächste Woche wieder am Start. Wir wünschen euch bis dahin eine wunderbare Restwoche, ein wunderschönes Fußballerlebnis am Donnerstag, am Freitag. Und wir melden uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut! Tschüss! 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 Tschüss!